Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man Fliesen grundieren und somit eine Haftgrundgrundierung auftragen kann, damit man die Fliesen natürlich dementsprechend auch weiterverarbeiten kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn ich meine alten Fliesen verputzen oder sogar neue Fliesen darüber kleben möchte, dann wird das Ganze auf dieser klappen Oberfläche leider nicht so einfach halten und da müssen wir natürlich die Oberfläche etwas besser haftend machen. Und das geht am besten mit so einem Spezialhaftgrund. Vor dem Auftragen muss unser Untergrund auf jeden Fall sauber, staub- und fettfrei sein und das bekommt man am besten mit so einem speziellen Entfetter wie zum Beispiel Iso-Propanol ganz einfach hin. Ich gebe das Ganze also mal auf ein Tuch drauf und kann dann auch schon die Oberfläche reinigen und das Ganze verdunstet jetzt übrigens auch relativ schnell. Wenn unsere Fliesen trocken sind, sollten wir den Haftgrund am besten mal noch etwas vermischen und dann ganz einfach mit einer Malerrolle einmal unverdünnt und gleichmäßig auf die Fliesen auftragen. Das beste Ergebnis erhalten wir übrigens, wenn wir auf jeden Fall die Grundierung über Kreuz auftragen und natürlich die Fugen auch nicht vergessen. Wenn wir unseren Spezialhaftgrund übrigens auf anderen Oberflächen auftragen möchten, dann am besten mal bei den Herstellerangaben nachschauen, da gibt es normalerweise solche tollen Übersichtstabellen und wenn wir zum Beispiel stark saugende Untergründe haben, muss das Ganze nämlich noch mit Wasser im Verhältnis 1 zu 4 vermischt werden. Bedeutet 100 Gramm von dem Spezialhaftgrund und 400 Gramm von Wasser vermischen. Dementsprechend verlängert sich natürlich auch unsere Trockenszeit, das können wir hier hinten noch nachschauen und bei mir ist das aber nicht der Fall, weswegen ich mal meinen Haftgrund für circa 3 Stunden trocknen lasse und danach kann ich natürlich auch die Oberfläche dementsprechend, wie in anderen Videos gezeigt, weiter verarbeiten und somit haben wir jetzt auch schon so einen Haftgrund richtig aufgetragen. Wenn du dir für zu Hause Spezialhaftgrund oder natürlich auch eine Malerrolle zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.